So, diesmal war ich schlauer als beim letzten Mal. Ich habe mir direkt erstmal die Aufnahme angeschaut gerade und ja, Ton passt, alles klar. So, dann werden wir jetzt anfangen. Inventory ist leer. Wir werden mal eben experimentell das Dingen... Ähm, warum nur eine Viertelstunde? Weil ich nicht viel Zeit... Ich renne trotzdem noch hier durch, ich bin so schlau. Weiß doch nicht, ob wir das irgendwann mal austauschen. Ähm, warum nur eine Viertelstunde? Weil ich im Moment zeitlich wieder eng eingebunden bin, aber... Ich möchte trotzdem unbedingt aufnehmen. Also machen wir erstmal eine Folgenlänge von 15 Minuten. Ich glaube, die ist auch gar nicht so schlecht. So, pass auf, dann müssen wir den hier verlängern. Wenn wir jetzt... Warte mal, was ich... Ähm... Moment. Geht das eigentlich, wenn wir hier... Ich hätte Erde nehmen können, wäre einfacher gewesen. Die habe ich natürlich nicht mit. So. Die Treppe kommt übrigens auch weg, habe ich mir überlegt. Warte mal. Jetzt konzentrieren wir uns mal eben. Jetzt haben wir natürlich zu viel... Zu viel... Haben wir hier eine Workbench drin? Ich meine nämlich, hier müsste eine sein. Ich will da nicht nochmal runterklatschen. So. So, wir machen mal eben... Wir machen mal... Ja, das reicht. Sollte. Wenn nicht, machen wir gleich noch welche. Jetzt haben wir 28. Ach, die reichen locker. So breit ist es da draußen nicht. Ich suche die Tür. Wir werden die Tür... Ich weiß noch gar nicht, wo wir die Tür setzen. Ich beschließe hier einfach Dinge. Und wir sollten gleich mal eben pennen gehen. Äh... Warte mal. Ach so, das endet ja an dem. Ah, jetzt ist das Ding hier hinter. Nein. Mann. Geht das trotzdem? Ja. So. So, dann kloppen wir die mal eben weg hier. Dann gehen wir pennen. Dummerweise haben wir jetzt in dem Haus natürlich keine... Äh... Kein Bett mehr. Das ist sehr schlau, ich weiß. Ähm... Diese Nachrichten. Mann. Warte, das lassen wir aber. Plopp. So. So, wir gehen mal eben pennen. Das ist aber sehr dunkel geworden jetzt. Ich sehe überhaupt nichts. Was auch daran liegt, dass das Fenster direkt hinterher ist. Und draußen so ein bisschen die Sonne... Die Sonne schien. Und dann müssen wir uns doch überlegen, wie ich... Oder wie wir das Dach machen. So, mal eben heimlich im Hintergrund gehustet. Dann können wir mal eben schauen, wie das aussehen würde. Müssen wir oben noch die Dingens verlegen. Das geht jetzt ein nach außen. Brauchen wir noch... Ah, wir brauchen Trapdoors, ne? Haben wir noch mit? Ja. Ich hoffe, das ist auch aus Eiche gemacht. Ich weiß es gar nicht. Dark Oak. Und das sieht dann noch aus, ne? So, ich setze die mal eben kurz... Ach, wir haben die hier auch noch vor. Das machen wir anders. Das machen wir anders. So, passt auf. Wir nehmen die jetzt erstmal hier weg. Das ist natürlich jetzt so das Überflüssigste, was ich gerade überhaupt machen kann. Aber ich habe noch keine Idee, wie wir das Dach hier hinsetzen. Man könnte eigentlich... Ich weiß es nicht. So, pass auf. Wie gesagt, das kommt komplett weg hier. Das werden wir gleich auch wegballern. Mal kurz husten. So. Haben wir hier Erde drin, zufällig? Haben wir zufällig? Gut. Hier ist sogar noch vier Lock. Können wir die anders machen? So, ich nehme mal den mit. Ähm. Wenn wir schon mal hier dran sind, könnte man doch... Haben wir die Tür? Ne, haben wir nicht. Obwohl, ich muss ja unten sowieso erstmal... Ne, brauchte ich eigentlich nicht. So, wir kloppen das auch mal eben weg. Das sollte jetzt nicht. Ich hätte es alle schon wegmachen können. Aber ich hatte mir irgendwie die Idee gesetzt, dass ich, ähm... Den Eingang hier oben lassen wollte. Dann so eine Dachschräge. Aber ich glaube, die Idee ist jetzt nicht so knallig. Nehmt eh nur viel zu viel Platz weg, das Ding hier. Das hat mir ja mal gefallen. Also kann es ja eigentlich gar nicht so schlecht sein. Das wird natürlich hinterher die Aussicht zum See fehlen. Ja gut, Eisen haben wir erstmal mehr als genug. Wir werden aber nichtsdestotrotz demnächst doch mal wieder eine kleine Höhlenforschung machen. Nur jetzt in... Ja, in Kürze auf jeden Fall noch nicht. Ich möchte erst das Haus hier fertig haben. Warum auch immer. Ich möchte hier nicht tausend Baustellen haben. Obwohl ich auch schon wieder eine andere Idee hatte. Die erkläre ich gleich auch noch eben. Die erkläre ich, erzähle ich gleich eben. Guck mal, wie schnell das geht. Kostet nur fast eine ganze Aufnahme. Ich weiß gar nicht. Ich hätte hier noch einen drüber gehen sollen. Oder einen kürzer machen. Ich glaube, den machen wir einen kürzer da oben, oder? Ach, sag du doch auch mal was. Alter, wie viele Steine wir wieder kriegen. Könnten eigentlich einen Stein... Ne, oder? Ne, ich möchte kein Steindach. Das sieht nicht aus. Das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, was habe ich mich gefreut, als das Ding endlich stand. Und dann, naja. Rubt das mal eben wieder raus. So. Auf jeden Fall hatte ich gesehen, äh, 29 Tage glaube ich jetzt keine Folgen mehr. Das ist nicht gut. Ich möchte das nicht. Möchte nicht wieder so viele Ausfälle haben. Aber diesmal hat uns die Technik völlig weggeklatscht. Wenn was kommt, kommt alles gleichzeitig. Einzeln geht ja nicht. Das ist zu viel. So, haben wir die Ecke auch wieder clean hier. Ich bin noch am überlegen. Wir müssen auch noch, oder ich wollte ja auch noch hier im... Können wir den so lassen? Ist das, wenn das so überlappt? Ach, jetzt bringen wir erstmal eine... Erstmal brauchen wir eine Tür hier jetzt. Machen wir die hier. Ich mach die einfach mal da hin. Hier haben wir... Wir könnten von hier aus... Hier... Warte mal. Hier hätte ich eine Idee. Hier müssen wir noch ein bisschen terraformen noch. Ah, da kriegen wir hier keine Tür hin. Ach, Mann. Das ist so unnötig kompliziert gerade. Können wir die Fenster verlegen? Auch nicht, ne? Ähm, warte mal. Ne, die können wir auch nicht verlegen. Hm. Wo können wir hier eine Tür? Außer da vorne? Ja, hier auf jeden Fall nicht. Dies fällt weg. Die Ecke. Ähm. Hier vorne, das wird nicht aussehen. Also, wir müssen die Tür hier hinsetzen. Definitiv. Pass mal auf. Dann machen wir das so. Die Musik ist gerade... Entschuldigung. Die Musik ist gerade so furchtbar passend. Oh, Mann. Das geht auch nicht. Das will ich auch nicht weg haben. Ach, Mann. Ja, komm, dann stell die nicht so an. Dann müssen wir halt mit den Dings daneben leben. Ist mir jetzt egal. Machen wir hier die Tür hin. Äh, müssen wir jetzt mal eine machen. Das war jetzt so... Ne, das möchte ich behalten, das Ding. Ähm. Was ist denn das hier für den Boden? Vier Planks. Haben wir doch mit vier Loks. Gut. So, pass auf. Dann machen wir das... So nicht. So, und dann klatschen wir die einfach mal so dahin, ne? Oder... Wir könnten die auch... Wir könnten uns so einen kleinen Türrahmen lassen. Dann klatscht... Äh, dann knallt das nicht direkt dagegen. Ja, ich lasse die erst mal so, ne? Dann können wir jetzt hier noch... Hm, nee. Muss nicht unbedingt. Haben wir... Warte mal. Oh Gott, ich habe schon wieder alles belegt hier. Ach so, ja. Ich wollte erst mal... Moment. Ähm... Waren die so? Ja. So, wir machen mal 20 Stück erst mal. Und... Warte, wir brauchen die Erde. Die packen wir mal nach da. Ja, Erde haben wir mehr als genug eigentlich. 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 So, warte mal. Wo fangen wir hier an? Lass mal auf, ich setze den. Hier wäre eine Wand. So, dann würden die bis hier hingehen. Ähm... Jetzt könnte man hingehen. Da haben wir jetzt hier die Lücke zwischen. Ähm... Hm... Von außen geht's natürlich. Au. Ach, vier Slaps. Sehr gut. Hm... Wie machen wir das hier? Hm... Hm... Wir bräuchten irgendwas, dass man hier in die Ecke packen kann. Wir gehen erstmal pennen. Hui! Au! Kommt nächtliches erstmal noch ein bisschen schwimmen. Ich hab keine Ahnung. Ganz ehrlich, nicht. Ähm, wir brauchen noch gleich... Wir bräuchten... Wir brauchen noch gleich noch Blumen. Was haben wir denn hier noch drin? Blumen, schau mal an. Gut, das reicht. Dann machen wir das erstmal von... Warte mal, haben wir noch was? Was haben wir denn noch an Deko? Gar nichts. Ich hab doch irgendwo Deko von der anderen Bude hingepackt. Das weiß ich doch. Aber wohin? Oh Gott. Jetzt mal auf die nehmen wir auch mal mit. Ähm, das... Das lassen wir erstmal... Können wir nicht hier lassen. Wir haben hier eine Kramkiste, ne? Ja. Ähm, die und... Die, die lassen wir mal hier. Die auch. Jetzt haben wir den hier. Haben wir irgendwas... Ach, coole. Diamanten! Ähm... Wir haben ja irgendwo noch... Haben wir in der Küche... War doch auch eine Kramkiste, ne? Boah, wo hab ich denn... Die Kladderadatschen geschmissen? Hier anscheinend auch nicht. Ähm... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Man könnte doch hier zum Beispiel den theoretisch nehmen. Nein, wir können den hier nehmen. Warte mal. Warte mal. Ach, wo will ich denn hin?